Das Wetter sieht gut aus. Perfekt um mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Laut Regenradar bleibt die Wetterlage stabil. Also ab aufs Rad. Radmeldungen für Frankfurt am Main informieren über den Streckenverlauf und Bikesharing-Angebote sowie Bikeservices machen und halten mobil. Mit dem Radroutenplaner gelangt man optimal von A nach B, selbst in der Rushhour. Viele nützliche Informationen rund um das Thema Radverkehr machen mein Ziel zur wegweisenden Verkehrsinformationsplattform für Frankfurt am Main.